Halligallig meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World. So wir müssen hier hoch. Und dann mal schauen, was ist das hier? Nein, da fehlt was. Nein, du sollst dich dann anrufen. Nein, lass das. Hier hinten, guck mal, da hast du. Ekelhaft. So, da haben wir die Kurbel. Können Sie dieses Kabel erreichen, Claire? Sicher. Oh. So, Claire ist oben. Gut. Da war ich etwas zu schnell. Also, ich wechsel mal auf Claire. Oh, mich nach unten sehen. Okay, Claire ist drüben. Hier gibt es auch schon was zu tun. Oben, links, oben. Aha. Schnell. Was? Müssen wir uns etwa beeilen? Ich brauche Owen. Wartet hier unten. Einmal durchschneiden. Elektro geschockt. Und jetzt bin ich wohl dran. K. E. Lettuce. E. Lettuce. E. K. E. Lettuce. K. E. Okay. So, jetzt wird hier richtig gekämpft. Ja, was ist los? Warum nicht? Achso. Nein. Ach hier. Hä? Was denn? K... K... Ist Schwanz wackeln? Achso. Die hat nur losgelassen. Nein, nicht... Ich bin vielleicht schon wieder zu nah dran, ne? Das war doch schon mal. Ja. Was denn hier? Ja, sehr gut. Ja, nicht sehr gut. Ja, drück sie. Drück sie rüber. Ja. Ah! Geschichte beendet. Augen und Schaft freigeschaltet. Wir brauchen mehr Zähne. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Clear D-Ring. Eine weitere Überlebende. So viel Leute sitzt da. Ingen-Biffet freigeschaltet. Geschichte beendet. So, das müsst's gewesen sein. Wo ist Huskens? Bin er zerwischt. Aber hat er Vorkehrungen getroffen? Unser Ziel steht noch? Keine Sorge. Sie werden gut versorgt werden. Ist klar. Ja. Da hätten wir's jetzt... ...geschafft. Lego Jurassic World. Ja, ich kann jetzt natürlich... ...ich könnte jetzt noch ein paar andere... ...Dinger nochmal spielen. Nochmal zurück. ...in die, äh... ...in die anderen... ...Teile quasi. Und dann noch ein bisschen... ...Punkte holen. So wie jetzt hier gerade. Aber, ne, ja. Es ist ja nicht nötig. Das passt schon so, wie wir's jetzt haben. Ne, ne. Wir sind jetzt... ...und wir sind... ...aber wir haben noch zwölf Minuten Zeit. Ja. Deswegen lassen wir jetzt hier mal schön die Credits durchlaufen. Ist ja auch wichtig. Und, ja. Es freut mich. Da hab ich jetzt, ähm... ...die Geschichte hier. ...wird dieses Spiel endlich mal beendet. Deswegen hab ich ja nochmal... ...das Ganze aufgenommen. Damit ich einfach mal... ...ja. Mal wieder ein paar Spiele beende. Und deswegen werde ich auch ein paar andere Spiele... ...die ich angefangen hab, aber nie beendet hab. Wahrscheinlich dann... ...dennächst mal wieder zwischendurch aufnehmen. Wenn die natürlich Spaß gemacht haben. Jetzt nicht irgendwas, das... ...todeslangweilig ist oder so. Dass nicht... ...spiele, die... ...spaß gemacht haben. Die wir... ...mal wieder... ...aufrollen und mal schauen... ...wie es da so weitergeht. Kommt halt auch immer drauf an, auf die Speicherstände. Aber eigentlich... ...hab ich da nicht so viele. Ich muss grad mal überlegen, ob da sonst noch irgendwas offenes ist... ...wo ich nie weitergemacht hab. Hier weiß ich gar nicht, warum ich aufgehört hab. Ich glaub, es ist irgendwie... ...ja, ich glaub, es ist die Zeit ist ausgegangen oder so. Also, äh... ...oder die Lust dran. Ich weiß nicht mehr. Also... ...auf jeden Fall... ...ist es eigentlich... ...ja, kein schlechtes Spiel. ...das ist natürlich... ...mittlerweile... ...relevant... ...alt schon. Es entspricht... ...es entspricht nicht mehr ganz, ähm... ...dem Stand der Dinge... ...der Zeit... ...grafisch... ...und... ...zumindest die Steuerung ist sehr... ...seeeer... ...gewöhnungsbedürftig. Ist, glaub ich... ...eher was für Playstation, Xbox oder sonst irgendwas... ...mit Controller. ...wo dann tatsächlich mit einem Controller spielt... ...und auch mit zwei Controllern spielt. Ja... ...Controller... ...wollte ich mir... ...schon ewig lang mal eigentlich einen holen. So ein Steam-Controller oder ein Xbox-Controller, aber... ...ja... ...winde ich bisher noch nicht mehr zu viel. ...mal schauen. Irgendwann werde ich mir mal einen anschaffen, wenn ich mal wieder dran denke. Und... ...das ist sowas wahrscheinlich auch etwas einfacher. Schätze ich mal. Mit... ...äh... ...mit einem Pad. Ja... ...mit einem Controller-Pad quasi. So, mein ich. So, ja. So, mal gucken. 50.000 haben wir voll. Das kann man, glaub ich, noch ziemlich lang machen hier. Interessant. Aber hier... ...mit dem Dino hier rumrennen kann er spielen. 22,3 Prozent. Ich hätte U drücken sollen, oder? Naja, egal. Ich glaub, der Vorspann war eh fettig. Äh, der Abspann. Was war das? Die Lophosaurus-Löfter. Zwei muskulösen Bein. Kann relativ schnell rennen. Und hinterlässt vogelartige Fußabdrücke. Manche der... ...versteinerten Fußabdrücke... ...ääh... ...sind nur Abdrücke... ...üüüüss... Ach... ...von der Spitze seiner Kralle. Äh... Und jetzt ist alles wieder gut hier, oder? Alles wieder schön. Wo laufen die hin? Okay, offensichtlich ist das jetzt hier ein Rückblick. Der Park ist wieder heil. Alles ist wieder gut. So, als wäre nie etwas geschehen. Na gut, so viel gibt es hier irgendwie gar nicht, ne? Oh, die Musik ist so gut. Monorail bin ich auch noch nie gefahren. Wo fahren wir jetzt hin? Oh Mann, jetzt hat es die Musik abgebrochen. Ach, jetzt bin ich hier. Nö, ich will wieder zurück. Ich will die Musik nochmal hören. Ich will die Musik nochmal hören. Eddie, bleibt hier. Owen, was ist los? Claire. Das ist also der Park. Ja. Juice Bar. Kann man nicht rein? Kommt die Musik nochmal? Ich möchte die Musik nochmal hören. Wer rennt dann? Denken Sie daran, dass die Kyrosphären keine Rolle zu tun sind. Ja, die muss er. Die hab ich gemeint. Was macht er denn da oben? Huch. Hallo. Kaufen. Warum sollte ich einen Parkangestellten kaufen wollen? So, wo geht's hier hin? Hm. Kommen wir hier vielleicht? Ah, hier ist dieser. Ach, das hatten wir doch schon. Da haben wir doch schon angefangen. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch was. Aber jetzt, jetzt haben wir Claire dabei. Aber ich glaube, für andere Sachen brauchen wir dann doch etwas anders. So, kann man hier was machen. Jetzt hab ich Claire gehauen. Das wollte ich nicht. Ich stand leider im Weg. Ich schau nur mal, ob wir hier ein paar leckere Sachen finden. Ein Fußballtor. Und hier kann man sich einen Diener holen, aber das bringt uns, glaube ich, auch nicht sehr viel. Oder doch. Den jungen Triceratops könnten wir holen. Aber mehr auch nicht. Oh, hier ist ein Fußball. Ach, guck mal. Hier haben wir doch schon was. Ach, da brauchen wir einen zum Ausgraben dafür. Na toll. Na ja, gut. Schauen wir doch, was wir sonst noch haben. Hier im Park. So, wo geht's denn hier hin? Oh, nein, 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 nein. So, was ist das? Hier ist alles offen. Ach, das hier ist doch mit der Gyrosphäre erfahren, ne? Das ist das Gyrosphären. Großer Dinosaurier. Alles gesperrt. Schade, ich dachte, wir hätten die schon freigeschaltet. Mittelgroße. Triceratops können wir ja holen. Und? Kleine Dinosaurier. Den jungen Triceratops können wir auch noch herholen. Aber man kann immer nur einen herholen. Okay. Kann ich den jetzt hier laufen lassen und nochmal einen herholen? Ja. Freies Spiel. Ach. Jetzt habe ich ihn hier. Ja. Wollte aber sie haben. Ja, jetzt. Ja, jetzt kommen wir hier mit. Ach, und jetzt geht hier das Ding zu, dass die hier nicht abhauen kann. Oh, die kann jetzt hier richtig... Oh, die kann jetzt hier richtig... Das ist mein Sandwich. Lass das. Das ist nicht Floyd. Lass dir was an. Hilfe! Die fressen einfach so mein Kindelig auf. Tja. Da können wir nichts machen. Da können wir auch nicht rüber. als riesiger, trammelnder Triceratops. Aber vielleicht können wir ja mal wechseln. Und die hier irgendwie... weglocken. Nein. Nein, da können wir gar nichts machen. Naja. Ja, gut. Dann stehe ich mal hier auf diesem Baum. Und dann würde ich sagen... Kann ich eigentlich die Kamera drehen? Ne, kann ich nicht. Doch, so. Wollte ich aber gar nicht. Und dann würde ich sagen... Ja. Sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es wieder ist. Time to play. Dann mit was anderem. Mit was Neuem. Ich weiß auch schon genau was. Ist dann nicht mehr ganz so... ähm... Jugendfrei. Also... Ähm... Jungs. Das ist nichts für euch. Ihr könnt euch die Folgen hier nochmal anschauen. Allzu viel so jugendfreies Zeug. Kinder... Zeug habe ich halt leider nicht. Ähm... Aber auf jeden Fall... Ähm... Hat... Ähm... Spaß gemacht. Ja. War schön. Lustig. Sehr lustig. Und... Da würde ich sagen... Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Macht's mir gut. Tschüss.